So lieben, 1-1 beim SC Freiburg, oder SCG bei Fälle. Letztendlich war es ein direkter Ball. Es war ein wirklich liebes Spiel auf allen Zeiten. Leider von uns, wir finden etwas zu fahrig, auch weil viele Situationen, die wir hatten, einfach nicht gut genug zu Ende gespielt, einfach zu überhastet. Es wäre etwas mehr möglich gewesen. Was soll es? Den einen Punkt nehmen wir jetzt mit. Dann stehen wir jetzt in der Tabelle auf Platz 6. Und ins Gedanke, den können wir, ich würde mal sagen, schon normalerweise unter Normalumstätten gehen mit einem Punkt in Freiburg. Aber diesmal wäre doch ein Stück Freiburg gewesen. So, ich grüße ganz herzlich euch alle Grüße auf den Pudi. Wenn die Corona zeigen, wie Leute gut sich sind, dann kommen wir auch wieder dabei. Dann können wir da auch gerne wieder da stehen. So, das war dann hier jetzt von mir wieder ein schönes Bauchende. Endstand eins zu eins in Freiburg. Und ja, damit können wir leben, damit müssen wir leben. Und das war es auch wieder von mir. Und dann schon mal unser Job.